Mein Name ist Lukas Fiedler. Ich reite seit elf Jahren bei TRIG. Zwischenzeitlich habe ich eine Pause gemacht. Nun, seit eineinhalb Jahren reite ich wieder und trainiere intensiv für den Para-Western-Sport. Ich denke, man sollte auch die Para-Sportler unterstützen und fördern. Nur so kann man Aufmerksamkeit für den Sport bekommen. Im Juni beim Turnier im Burgenland konnte ich mich gleich qualifizieren für die AQAA in Oklahoma. Unterstützen Sie mich, damit ich bei dem Turnier teilnehmen kann und helfen kann, den Para-Western-Sport bekannt zu machen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung! Aufmerksamkeit! 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 Vielen Dank.